Liebe Zuschauer von KTV, unser Highlight für Sie. Die Familie Ulmer, eine selige Familie. Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wurde im September 2023 eine ganze Familie selig gesprochen. Die Eltern, sechs Kinder und ein ungeborenes Kind. Im Zweiten Weltkrieg versteckten die Ulmers in einem polnischen Dorf acht Juden, wurden denunziert und ermordet. Die Dokumentation zeigt viele Fotografien der Familie und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. Wir senden dieses Highlight für Sie am 1.11. Allerheiligen um 20.15 Uhr und am 5.11. um 16 Uhr. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020